Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch das neue Design der Franken Onleihe-Webseite sowie den neuen Webreader. Ganz oben finde ich nun die wichtigsten Buttons. Mein Konto, Logout, Hilfe und der neue Onleihe-Reader. Unter dem Header sind dann der Menü-Button sowie der Sucheinstieg über die Medientypen verortet. Als nächstes wird der Suchschlitz der einfachen Suche angezeigt. Eine erweiterte Suche, wie ihr es aus der vorherigen Webseite kennt, gibt es nicht mehr. Der Schwerpunkt bei dieser neuen Suche liegt auf der Filterung des Suchergebnisses. Ihr könnt euch über die einfache Suche auch den gesamten Bestand anzeigen lassen. Hierfür einfach mit einem leeren Suchfeld die Suche starten und dann das Ergebnis filtern. Darunter gibt es dann den Sucheinstieg über die Themenbereiche Neuzugänge, E-Magazine, E-Paper, zuletzt zurückgegebene Titel sowie Bestleiher. Ich klicke jetzt auf die Kategorie E-Book und erhalte 35.526 Treffer. Um diese vielen, vielen Treffer nicht alle durchsuchen zu müssen, gibt es jetzt hier die neuen Filtermöglichkeiten. Dazu klicke ich rechts auf den Pfeil. Ich wähle jetzt nur die verfügbaren aus, die in diesem Jahr erschienen sind und in Deutsch sind. Ich klicke auf Anwenden und erhalte 140 Treffer. Ich entscheide mich für den Roman Broken von Don Winslow. Über die drei Punkte unten rechts kann ich diesen Titel auf meinen Merkzettel legen. Dieser ist nun auch synchron mit dem Merkzettel in der FrankenOnleihe-App. Ich klicke auf Jetzt ausleihen und komme zur Detailansicht des Titels. Hier habe ich, wie auch schon vorher, eine Inhaltsangabe und die formalen Daten. Gehe ich mit dem Cursor nun auf Jetzt ausleihen, öffnet sich automatisch ein Fenster, in dem ich meine Leihfrist auswählen kann. Nun klicke ich auf Jetzt ausleihen. Auf der nächsten Seite kann ich auf Jetzt lesen klicken und komme so zum Webreader. Hier kann ich nun sofort mein Buch lesen. Bewege ich meinen Cursor, wird mir oben eine Menüleiste angezeigt. Hier kann ich Leseeinstellungen vornehmen, den Vollbildschirm starten, das Buch durchsuchen, im Inhaltsverzeichnis blättern oder mir meine getätigten Notizen und Lesezeichen anzeigen lassen. Am unteren Rand kann ich einfach durch die Kapitel browsen. Über den Button oben links komme ich zu meinen Medien zurück. Hier werden mir die Medien angezeigt, die ich derzeit im Webreader lese. Ich schließe den Reiter des Webreaders und bin nun wieder auf der Frank Online Seite. Klicke ich auf mein Konto, komme ich zu meiner Kontoansicht. Bei jedem ausgeliehenen Medium gibt es noch einen kleinen Button mit drei Punkten. Hierüber kann ich nach wie vor meine E-Books mit Adobe Digital Editions herunterladen. Oben rechts ist der Link zum Webreader. Klicke ich darauf, komme ich wieder zu meinen aufgeschlagenen Medien. Zu guter Letzt kann ich hier über den Button Mehr das Medium als gelesen markieren, zurückgeben oder entfernen. Probiert es doch einfach mal aus. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.